hallo und herzlich willkommen bei virtual studios und einer neuen folge overwatch danke dass ihr eingeschaltet habt wir wollen natürlich weiter am ranking steigen ob wir irgendwann mal die 3000 erreicht haben ist immer so eine sache aber es wird schon werden bleibt dran die haben alle schon gold ich glaube gold aber für mercy so verteidigen haben wir den heiler komm ich mache den torbjörn wo ist der torbjörn da ist der torbjörn wo sie war sabas nicht mal ein ich hab hier das komische ding was man zusammenbauen kann kann man auch zerlegen da bin ich mal gespannt hier und die hat sogar schon das outfit wie krass ist das denn wieso hast du was gegen alte klassiker alte klassiker die briten wissen wie man denen die schrauben anzieht omni krechte ja wir latschen natürlich hoch hallo angreifer in 30 sekunden erwartet versuch da draußen nicht in die schusslinie zu laufen dieses potenzial schusslinie aus welchem stahl du bist komm wir sagen auch mal hallo he he ok 4, 3, 2, 1, Angreifer nähern sich. Verteidigen Sie Zielpunkt A. Mein Geschütz wird gegrillt! Mein Geschütz! Wie jetzt schon? Ich habe große Pläne mit dir! Ihr Geschütz wird hochgezwickt! Das hat natürlich jetzt schlecht gewesen. Und die sich auf die Flüge fragt. Wir werden dieses Potential... Ich habe meine ganze Arbeit. An dir kommt keiner vorbei. Lasst uns loslegen. Kann man einmal hier ran. Achtet auf, mein Geschütz! Jawohl! Alle weg? Eine Fischung! Ein Buchstück! Notleiter! Wir jagen vom Zielpunkt! Jetzt wird's massiv! Schatten, es ist ihr und ihr ist! Dieses Potenzial! Ich bin wieder da! Halt den Zielpunkt! Hält den Stab! Okay! Boah, das ist... Was denn was für eine Reichweite? Die ist doch abnormal! Nein! Boah! Das war ein Kill, Alter! Da kann man nichts gegen sagen! Voll verlaufen! Ich hab große Pläne mit dir! Ja, genau! Und jetzt! Und jetzt! Okay! Ich hab' den Hämmer! Ich hab' den Hämmer! Meine ganze Arbeit! Alles umsonst! Ich hab' den Hämmer! Ja, ichig! Das ist alles! Ich hab' den Hämmer! Ich hab' den Hämmer! Ich hab' den Hämmer! Ich hab' den Hämmer! Ja, war klar. Wenn die alle kommen, wird aktiviert. Komm, ist immerhin hier, ordentlich killt's gerade. Hammer gezückt und einsatzbereit. Doch, dieses Potenzial. Geschützwert hoch. Knappt euch die Rüstung. Einmal Rüstung zum Mitnehmen. Jetzt wird's massiv. Geschützt wird gegen die End. Tag. Schmuckstück. 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 Ja, komm. Punkt der Stand. 0. 2. 3. Seidenwechsel. Okay, mal gucken. Vielleicht kriegen wir die Rückrunde besser hin. Machen Sie sich bereit zum Anreiz. Wählen Sie Ihren Helden. So. Hm. Ja, schwierig. Ohne Tank. Ja, schwierig. Ohne Tank. Hallo. Ja, bitte geh doch. Jetzt haben wir hier die anderen. Ja, guck mal. Wie viel in der Leerung Zielkills. Ja, ist nicht so viel. Ich hallo. Ich hallo. Jetzt wird sich da hochgeportet. Ich hab ihn kaputt machen, ja. Was spielen wir hier. Hallo. Haha. Du hast schon alles gesehen. So, jetzt gibt es echt was. Macht Schaden. Boah. Alles auf ein. Ja gut. Unki wollte aber auf die Kings nicht rausgehen. Bist du da richtige Taste gedrückt? Ja. Wartet auf mich! Oh, der denkt ist gut. Boah. Wo ist das denn? Was hat mich denn jetzt... Der war das? Ja, das wird keine gute Runde. Das werden wir verlieren. Kann doch nicht sein, Alter. Ja, wieder weg. So, rein hat die Schmerzen. Wie fällt uns nicht hin? Demal ich dir alles aufgelenken. So, rein hat die Schmerzen. Komm schon Leute. Warum die Stieh sind? Was ist das denn? Also, wenn du Kloppen in meinem Państwo rauskriezst... Was ist das denn? Was ist das denn? Wo das denn? Hopp. Was ist das denn? Dean Schein mit der Welt? Oh, das ist das. Ich bin gegen diese Plätze. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Wir sind in der Welt? Boah, gibt's doch nicht. Ah, war eine Falle, ne? Ah, hier, nee, dahinter versteckt. Ah, mies. Ja, können wir knicken. Können wir echt knicken. Ah, das sehen wir nicht. Nein. Ah, verdammt. Egal, gut. Kurze Runde, kurz und knapp. Voll verloren. Schade. Aber gehört auch dazu, muss man jetzt sagen. Können wir nicht ändern. Mal verliert man, äh, mal gewinnt man, mal verliert man, ne? Wie war das? Ja, der Reinhard war echt gut. Gleich ja. Der Euphorismus ist hinüber für heute, glaube ich. Eine fette Niederlage und schon sehr Bock. Ja, wie auch immer, jetzt noch sehen. Du warst gut. Und dann hat das nicht mal die Auswahl geschafft. Ja, komm, ich will meine Auswertung noch sehen. Und dann ist Ende im Gelände. Immer hier, immerhin mal. Überlegierung, Zielferienkrockets. Ey, ich hab einen guten Aufstieg bekommen. Und eine Lootbox. Komm, gucken wir doch mal rein. Ein bisschen Kohle. Wer bist du denn? Lucio? Achso, das ist ein Lautsprecher. Ah. Ja, und Junkrat. Okay. Egal, komm. So, Feierabend. Danke fürs Zusehen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Bis dahin. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.